Hallo Ali, ich bin's wieder, Flipperstein Schmatz, der alte Knacker aus dem rostigen Städtchen der Lenkbach im Wienerwald. Ich sitze hier an meinem selbstpersönlich gekauften YouTube-Videotisch im Saal Klassik der Seite Kindergarten, das demnächst als Museum für Flipperautomaten und Lego-Sätze eröffnen wird. Und ich habe euch was mitgebracht. Das, meine lieben Freunde der Brausmusik, ich hoffe es fokussiert, ist eine Kompakt-Flash-Fesh, das ist eine Kompakt-Flash-Karte. Jetzt werden Sie sagen, ja du hattest doch schon mal eine Kompakt-Flash-Karte, ja was soll denn das? Ja, ich hatte schon mal die von meiner XF300 mit 32 GB. Und diese hier ist aus einem Psyon HC100, den ich heute bekommen habe, und hat 32 MB. Ja, das sind ein paar tausend Millionen Byte Unterschied. Ich habe euch noch was mitgebracht von der Firma Lego. Es ist wunderbar, es ist viereckig, es ist quadratisch, es ist eine Bauplatte. Schaut es bei Seite, ich habe euch noch was mitgebracht von der Firma Lego. Hallo, schaut euch das an. Ist das nicht super? Ich stelle das heute mal schräg hin. So machen wir das. Das ist die 7821, ein wunderbarer Strecken- und Lichtinstandhaltungswagen, der in der Art, wie ich ihn hier jetzt aufgebaut habe, gar nicht Platz hat, um ihn da zu drehen. Tja, das ist so. Das Leben ist hart und ich bin ungerecht. So ist das halt. Der englische Name ist Drag & Lightning Maintenance Waggon. Das Ding war 1983 das erste Mal im Katalog und damit auch am Markt. Und zwei Jahre, drei Jahre im Katalog. 1983, 1984 und 1985. Jetzt werdet ihr sagen, ja was ist denn so besonders dran, außer dass zwei Minifiguren dabei sind. Wir werden mal messen. Wenn wir jetzt mal den Waggon alleine messen, haben wir 14,15 cm, 15, gibt es das überhaupt nicht, 14,7 cm, eine reguläre Normalbreite von 5,5 cm und reguläre Normalbreite von 9,8 cm. Das sofern kein Kollege am Dach steht, das muss man jetzt, also am Reparaturteil steht. Wenn wir das Reparaturteil drehen und damit habe ich schon die Funktion verraten, haben wir eine Breite von 8 cm. So, wir haben dabei einen kleinen Lichtmasten. Der ist notwendig, sonst könnte man ja nichts reparieren. Also ein ganz einfaches Ding, dunkelgraue, zweimal 6er Platte, ein paar graue Platten, der Masten, den ich euch schon mal erklärt habe und Technikelemente für die Lichtscheibe. So, stelle ich mal zur Seite. Der Waggon seines Zeichens, der tanzt ein bisschen aus der Reihe. Wir haben vier schwarze Leitern auf einer 6x16er Grundplatte. Darunter haben wir einen fast normalen Unterbau, das heißt wir haben den Wert des Loops, die verkehrten Dachziegerl, ein paar 2x6er, 2x8er Platten verzeiht und 2x6er Platten, 2x6er Platten verzeiht nochmal. Eine 4x4er Platte, ach ihr seht es, ja eh, brauche ich ja nicht erzählen. Auf den Aufbau haben wir dann nochmal ein paar kleine Platten montiert und die Kühlergrille, die Autokühlergrille für Werkzeug. Da kann man dann die Krampen, den Haken, die Haken, den Krampen reinstecken oder die Schaufel. Wir haben zwei Kollegen, die ihr hier schon seht, die haben beide dieselbe Montur. Das einfache blaue Hemd, lachendes Gesicht, die sind Zwillinge. Das sind Zwillinge, da kann man sagen, was man will. Blaue Montur, Zwillinge. Eineige Zwillinge sind das. Ja, Schraubenschlüssel ist auch dabei und dann gibt es hier eine Leiter, über die man, der ist jetzt der Kollege im Weg jetzt setzt, die Leiter nicht gescheit, na sowas. Die Leiter, über die kann man auf die obere Plattform und die kann man dann so schwenken durch ein Drehelement und dann kann der alles reparieren. Jetzt werden Sie sich ja sagen, ja wofür sind denn diese grauen Bimfel da? Die grauen Bimfel sind dafür da, wenn man die herumdreht, so montiert, dann dreht sich diese Drehabteilung nicht mehr und dann kann der Zug auch durch einen Tunnel fahren, ohne dass seitlich diese Arbeitsbühne gegen irgendwelche Masten knallt. Deshalb kann man hier die grauen Wuzis rauf und runter klappen. Ja, man hätte das auch durch Clip-Club-Elemente lösen können, Firma Lego hat gesagt, nein, wir machen das anders, wir sind kreativ, ich kriege das nicht mehr da in die Halterung. Jetzt habe ich das Element zerstört oder was? Gebete herst! Das darf man nicht zu fest anschauen, sonst zerfällt. Ja, ein ganz nettes kleines Sättchen, kann man überhaupt nicht motzen, passt super in jede Zuglandschaft, wo auch wirklich ein bisschen gebaut wird, das ist ja wunderbar, von und zu über. Die Hausübung werde ich euch noch verraten und dann werde ich mich verabschieden, so machen wir das. Die Hausübung, finde heraus, wie weit Salzburg von Wien entfernt ist, das ist ja schwierig, das schafft ihr nie, da müsst ihr euch wirklich anstrengen. In diesem Sinne, bis später, bis dann, bis irgendwann, hier im Meitle-Kindergarten. Bis dann, 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 bis dann Untertitelung des ZDF, 2020